Rehwild Guten Morgen meine Damen und Herren, eine wunderbare Wildart, das Rehwild, der große Kulturfolger und der letzten tausend Jahre und wenn man so ein wunderbares Rehkitz betrachtet, möchte man gar nicht glauben, dass es sich hier um ein Problem hier handeln könnte. Ich komme schon. Meine Damen und Herren, die Biodiversität, der Klimawandel und die Jagd. Ihr traut euch wirklich, am frühen Morgen schon so ein heißes Eisen anzupacken. Aber ich denke nicht, dass Biodiversität, also die Vielfalt des Lebens, in Konkurrenz zur Jagd stehen müsste. Das Konfliktpotenzial liegt in den Ideologien der Menschen. Deswegen lassen Sie uns heute sowohl im Vortrag als auch am Nachmittag beim Workshop die Ideologien auf allen Seiten weg. Von welchen Dimensionen sprechen wir eigentlich? Der Wald in Deutschland umfasst 11,4 Millionen Hektar, in Bayern 2,6 und im Altöttingen 16.100 Hektar. Und wenn wir die Prozentzahlen betrachten, dann sind wir immer wieder auf der gleichen Zahl. Etwa ein Drittel unserer Fläche in unserem schönen Land ist mit Wald bestockt. In Bayern haben wir als Baumarten, in Deutschland haben wir Laubbäume mit 45 Prozent, Nadelbäume mit 55 Prozent und der Fichtenanteil liegt etwa bei 26 Prozent. In Bayern schaut das Ganze schon ein bisschen anders aus, aber das hängt halt auch mit den Höhenlagen zusammen. In Bayern sind etwa 35 Prozent Laubhölzer und Nadelhölzer mit 64 Prozent und der Fichtenanteil liegt bei uns schon so bei rund 42 Prozent. Und bei Ihnen im Raum Altöttingen sind die Laubbäume mit einem Drittel, also 33 Prozent ziemlich genau vertreten und die Nadelbäume mit 66 Prozent, wobei die Fichte 75 Prozent ausmacht, vielleicht sogar etwas mehr. Und diese Zahl, die wird dann nochmal aufscheinen. Die Biodiversität oder das vielfältige Leben. Wir stehen heute vor der Frage, wie im Wald Naturschutz und Nutzung in Einklang gebracht werden können, ohne die mannigfaltigen Arten und Lebensräume negativ in ihrer Entwicklung beziehungsweise Beständigkeit zu beeinflussen. Und hier beginnt vermutlich bereits der verzweifelte Versuch mit der Beantwortung der Frage, ja, von welcher Art Wald oder meinen wir Forst sprechen wir? Die Älteren von uns sprechen heute noch vom Altöttinger Forst mit seinen Haupt- und nebengeräumten Abteilungen, den in Reihe und Glied gleichförmig in Alter und Struktur aufgebauten Fichten und Kiefernreinbeständen der 50er und 60er Jahre. Und wenn Sie die beiden Bilder betrachten mit hallenartigen Fichten-Kiefernbeständen oder reiner Fichten-Monokultur und dazu auch noch die devastierten, versauerten Waldböden mit bestenfalls Brombeere, Weißmoosen oder blanker Nadelstreu, ist diese Form der Waldbewirtschaftung sicherlich mit dem Begriff naturnah eher nicht verwandt. Oder meinen wir die nach Wiebke und Vivian mit Standort- und naturgemäßer Baumartenzusammensetzung aufgeforsteten Sturmflächen mit hohem Laub- und Tannenanteil? Und schon kommen wir zu wichtigen Begriffen in der Forstwirtschaft wie standortgerecht und naturgemäß einer möglichen Baumartenvielfalt schon etwas näher. Denn ohne diese Baumartenvielfalt wird Biodiversität, also die Vielfalt des Lebens, kaum gelingen. Erst die Baumartenvielfalt ermöglicht die Entwicklung der jeweiligen baumbegleitenden außerforstlichen Vegetation. Und gemeinsam legen forstliche und außerforstliche Vegetation den Grundstein für das Potenzial der Zukunft. Und die heißt Naturverjüngung. Wir wissen alle, dieses ist nicht nur von den fruchtifizieren unterschiedlichen Baumarten im Altbestand abhängig, sondern im Wesentlichen vom Zustand der Humusform am Boden. Ist diese Humusform günstig, zum Beispiel Mull- oder Moderformen, steht einer natürlichen Verjüngung aufgemerkt in der Regel nichts im Weg. Ein schlechter Zustand der Humusform ist der Rohhumus. Und diese Form kommt sehr häufig speziell im Nadelholz geprägten Monokulturen vor. Hier wäre ein vorsichtiges Nachlichten des Altbestandes bereits eine wesentliche Voraussetzung. Und da sind wir heute jetzt etwas nahe am Privatwald. Das heißt, Verringerung, Abbau, einer des meist zu dicht stehenden Holzvorrates, werde hier hervorragend und sehr zielführend. Kommen wir zu einem positiven Beispiel und betrachten wir das linke Bild. Wir können im Kronenbereich Baumartenvielfalt mit vorherrschender Tanne und Buche dazwischen Fichten und einige wenige Bergahoren erkennen. Und wäre in den lichtdurchfluteten Lücken innerhalb des Bestandes oder an sonstigen Bereichen auch noch die Stieleiche vorhanden, kämen wir einer standortgerechten Baumartenmischung für den Raum Altötting, Mühldorf, Landshut, Rottal-Innen, nördlicher Bereich Traunstein schon ziemlich nahe. Und betrachten wir das rechte Waldbild mit Blickrichtung auf Boden und Zwischenstand, wird der Begriff Biodiversität schon verständlicher. Befindet sich dort auch noch liegendes oder stehendes Totholz und unterschiedlicher Dimensionen, wäre die schon hervorragend. Wir wissen, das Ganze ist sicher mehr als die Summe seiner Teile. Auf die Waldnatur trifft dieser Anspruch in ganz besonderer Weise zu. Bis zu 14.000 Tier, 6.000 Pflanzen und 5.000 Großpilzarten ergeben auch in der Summe nicht den Grund für das Gefühl, das Menschen im Wald oft ergreift. Erst das Zusammenspiel der Vielfalt des Lebens mit all seinen Geräuschen, Stimmen, Gerüchen von Pflanzen und Tieren mit Boden, Wasser und Klima ergibt ein Ganzes. Und das gilt es zu verstehen, um es wirkungsvoll schützen und nutzen zu können. Somit kommen wir zum zweiten Teil unseres Vortrages, dem Klimawandel. Dass das Klima sich ändert, ist ein natürlicher Vorgang, wie uns die Eiszeiten und die nacheiszeitlichen Phasen lehren. Das Bedrohliche am derzeitigen menschengemachten Klimawandel ist die Geschwindigkeit und die Anfälligkeit der von Menschen geschaffenen Ökosysteme. Das trifft auch auf die unterschiedlichen Waldökosysteme und deren Funktion für Mensch und Gesellschaft zu. Denken Sie nur an die eingangs gezeigten Bilder mit Fichtenmonokulturen. Die großartige Baumart Fichte, Baum des Jahres 2017, der Brotbaum unserer Waldbesitzer und Forstverwaltung schlechthin. Nur diese in unseren Breiten gerade einmal 200-jährige Erfolgsgeschichte neigt sich offensichtlich dem Ende entgegen. Glaubt man den Klimaprognosen und es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, wird sich mit der Fichte vermutlich die nächsten 50 bis 100 Jahre unter Umständen noch ganz gut Geld verdienen lassen. Aber was dann? Welche Vorkehrungen haben wir Menschen für eine ungewisse Zukunft getroffen? Wie gehen wir mit dem inflationären Begriff Nachhaltigkeit um, einem der bedeutendsten Begriffe aus der Waldwirtschaft? Das Problem, die in einem Menschenleben gemachten Erfahrungen einer gewissen klimatischen Stabilität sind teilweise hinfällig, wenn sich die Temperaturen um mehrere Grad Celsius innerhalb eines Jahrhunderts ändern. Das beunruhigt uns. Wir werden unsicher. Starkregen, Schneemassen, Hochwasser, Stürme, ja Orkane, Lawinen und Murenabgänge und so weiter waren doch bisher immer so weit weg. In den Nachrichten konnten wir diese bequem vom Sofa aus bedauern. Nein, meine Damen und Herren, Herausforderung Klimawandel, das geht uns alle an. Klimawandel, das betrifft uns alle wirklich. Und Sie als Jagdgenossen in Ihren Reihen oder Waldbesitzer in doppelter Hinsicht, in landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher. Wir kennen alle die Boten des Klimawandels. Wir haben Sturm und Orkan. Wir haben den Borkenkäfer, der meistens das Doppelte bis Dreifache nach einem Sturm sich nochmal holt. Wir haben große Trockenheit. Wir haben Waldbrand, wie hier vergangenes Jahr in Oberaudorf. Wir haben verwüstete Bodenvegetation und dann brauchen wir nur noch einmal Starkregen. Und schon haben wir einen zerstörten Lebensraum. Mensch, denken wir nur an Simbach und dieses kleine Bächlein unscheinbar, was es anrichten konnte. Und Sie lösen nicht nur im Gebirge Erosion, Erdrutsch, Steinschlag und Murenabgang und Verklausung aus. Und jetzt schauen Sie sich das letzte Bild an im oberen Rand, an dieser Hangkante oben. Das kommt dann nochmal. Nicht nur im Gebirge wird die Situation brenzlig. Auch uns können Starkregen, heftiger Schneefall. Gestern hatten wir eine Unwetterwarnung im Oberallgäu, dass das Tauwetter einsetzt. Und da dort liegen halt einmal zwei bis drei Meter Schnee. Und ich glaube, Schnee besteht hauptsächlich aus Wasser, soweit ich einmal gehört habe. Das wird irgendwann bei uns herrunden ankommen. Und diese Bilder sind Ihnen längst bekannt und vertraut. Und ich sage, ja gut, dass wir noch täglich sind und nicht im Passau unten. Meine Damen und Herren, und schon sind wir bei Punkt 3 angelangt und der provokanten Frage, was hat dies alles mit der Jagd zu tun? Ich will doch nur in Ruhe jagen. Erinnern wir uns an die Humusbilder. Sehen Sie diese devastierten Boden? Und jetzt sind wir bei der Verklausung, bei diesen Murenabgängen, bei diesem Bild auf der rechten Seite. Das ist die obere Handkante, von der ich vorher sprach. Dorten beginnt das ganze Unheil. Es ist im Mangfallgebirge aufgenommen. Ich habe den gesamten Gebirgstock kartieren dürfen. Dorten haben wir seit 30 Jahren, über 30 Jahren, die Trennung von Wald und Weide. Es hat geheißen, die Rinder müssen aus dem Wald, weil die den ganzen Wald zusammenfressen. Jetzt sind die 30 Jahre aus dem Wald heraus und es steht aber da immer noch kein Schutzwald. Es wäre nämlich Schutzwald da dort, sondern total vergraste Flächen. Und diese grauen Flächen, die Sie sehen, diese Bodenverbundung, das sind sogenannte Blocken. Die entstehen durch sogenannte Huftiergesellschaften. Gams, Rotwild, Reh. Dort wiederum dringt Wasser ein. Die Waldvegetation kann nicht wachsen. Es ist nur Gras. Kalamagrost ist da. Dieses sogenannte Lanagrost, da kann nichts mehr keimen. Und irgendwann beginnt die Erosion. Und der Erdrutsch und der Murenabgang. Und die Antwort wird lauten, hier liegt eine der wesentlichen Verantwortungen, vor allem eine der wesentlichen Aufgaben der Jagd. Ob der Waldboden eben so, warum schritt der nicht weiter? Bin ich ungeschickt? Ja. Ob dieser Waldboden so oder eben so ausschaut. Das ist ein und das gleiche Waldbild, nur sechs Jahre Unterschied. Ist der Bestand erst einmal aufgerissen, folgen weitere Windwürfe, es folgt der Käfer. Und die bange Frage, welche Baumarten werden zukünftig auf diesen anspruchsvollen Flächen wachsen? Und diese Waldbilder repräsentieren genau den Lebensraum, den Rehwild als Waldrand und Buschlandbewohner bevorzugt. Der Grund dafür ist, dass auf diesen Flächen genau jene Pflanzen gedeihen, die dem Rehwild als Äsung, sprich Nahrung dienen. Zurück zu diesem Waldbild und der Feststellung, unser Wald sieht aus wie ein Schweizer Käse. Überall in den von Fichten oder Kiefern geprägten Beständen entstanden unterschiedlich große und kleine Störinseln, also Lücken, in denen sich Rehwild ganz besonders wohl fühlt. Und wenn diese Flächen dem Rehwild ausreichend natürliche Äsung bieten, hat dies natürlich auch einen gravierenden Einfluss auf die Reproduktionsrate, sprich, die Rehwild-Population steigt an. Wie wir alle wissen, wäre der deutsche Wald von Natur aus stark von Laubbäumen, insbesondere von der Rotbuche geprägt. Eine kleine Zwischenbemerkung. Auf diesem Bild können Sie die Weitsicht eines mit Waldverstand ausgestandeten Waldbesitzers, einen Bauern, erkennen. Bereits vor 35, 40 Jahren begründete dieser verantwortungsvolle Mensch eine sogenannte Rebelfläche. Das heißt, er pflanzte unter den Schirmen der Altfichten Rotbuchen. Damit verbesserte er nicht nur die Humusschicht, sondern in Folge entwickelte sich dort eine hohe, keimfähige Bodengare. Und auch die Wasserspeicherfähigkeit wurde erfreulich erhöht. Und wenn Sie den Vordergrund des Bildes betrachten, wie arm sind diese Böden. Und die Realität heute sieht in Bayern leider so aus, dass wir eine absolute Fichtendominanz haben. Aber das spiegelt die Waldnutzung der vergangenen Jahrhunderte wieder. Vom Mittelalter bis ins frühe 19. Jahrhundert wurden viele Wälder in Deutschland übernutzt oder kahl geschlagen, um eine drohende Holznot abzuwenden. Und diese devastierten Wälder wurden mit Fichte und Kiefer aufgeforstet, weil sie dort mit diesen kleinen klimatischen Zonen natürlich am besten mit dem Frost zurechtkommen, wobei die Rotbuche und die Weißtanne auf diesen Freiflächen große Probleme haben. Aber Fichte und Kiefer bekommen zusehends Probleme mit dem Klimawandel. Also die Frage, welchen Wald brauchen wir für die Zukunft und wie soll dieser Wald aussehen? Die Natur würde den Weg klar aufzeigen. Die natürliche Waldgesellschaft für ihren Raum würde sagen, 40, 50 Prozent Buche, 25, 30 Prozent Tanne, vielleicht die Fichte mit 10, 20 Prozent, je nach Standort, sonstige Nadelhölzer. Aber wir haben da ein Problem. Warum schaut der Wald nicht so aus, wie wir uns das von Natur aus eigentlich gerne wünschen würden? Die Waldverjüngung heute hat leider eine traurige Realität. Wie das Vegetationsgutachten 2018 wieder abermals hervorbrachte. Welche Baumart soll die vorherrschende Fichte ablösen, wenn andere dringend benötigte Baumarten einem seit Langem zu hohem Wildverbiss ausgesetzt sind? Seit 33 Jahren wird das forstliche Gutachten zur Situation der Waldverjüngung in Bayern nach Artikel 32 erhoben. Und seit 33 Jahren stellen wir in durchschnittlich 60 Prozent der Hegegemeinschaften Bayerns eine um plus minus 5 Prozent umherpendelnd zu hohen oder deutlich zu hohe Verbissbelastung fest. Da stellt sich nur noch eine Frage, können sie es nicht oder wollen sie nicht? Der gesetzliche Auftrag an die Jagd wäre eindeutig. Die Jagd hat für einen gesunden, artenreichen Wildbestand zu sorgen, der an die Landeskultur anzupassen ist. Sie hat nicht für einen zahlreichen Rehbildbestand zu sorgen zum persönlichen Jagdvergnügen. Also bitte, meine Damen und Herren, diese Waldbilder mit 1.0 Fichte im Altbestand und dem Fehlen von mindestens drei Waldgenerationen, liebe Freunde, die gilt es in Zukunft generationengerecht umzubauen. Deshalb sollten wir auch nicht an den Waldrändern auf Wiesen und Feldern herumsitzen, sondern uns darauf besinnen. Wald braucht Jagd. Es ist Zeit zum Aufbrechen, damit in 100 Jahren Ihr Wald in Ihrer Heimat Altötting nicht mehr nur mit 33 Prozent Laubbäumen und 75 Prozent Fichte und so weiter bestockt ist, sondern mit naturnahen 50 Prozent Laubfölzern, 20 Prozent Hanne, 15 Prozent Eiche und vielleicht, wenn Sie es schaffen, wir wünschen, dass unseren Brotbarn Fichte wirklich 10, 15 Prozent Fichte und dann hätten wir schon sehr viel für die Vielfalt getan, denn nur die Biodiversität, die Vielfalt des Lebens macht uns stark, denn wir bekommen guten Humus, die Baumartenvielfalt, eine Stabilität in dem Bestand, der Holzzuwachs ist, nimmt zu, ein unheimlich finanzieller Gewinn für den Besitzer, für den Waldbesitzer, Sicherung der Lebensräume, wir haben gesehen, Lawinen und Hochwasser, die Artenvielfalt steigt und das Landschaftsbild tut unserer Seele unheimlich gut. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich Nachmittag auf den Workshop, da brauche ich eure Hilfe, weil ich käme noch nicht so recht aus dem Holz und vielleicht kommen wir da auf das Weisheitsletzten Schluss. Vielen Dank, einen schönen Tag und bis später.